So liebe Sondelfreunde, herzlich willkommen wieder hier zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder auf einem Feld unterwegs, das erste mal im neuen Jahr. Schau mal, ich werde mal hier diese linke Seite mal probieren und schauen mal was da so geht. Ich melde mich dann gleich beim ersten Signal. Bis gleich. So, hier das erste Signal schon mit 79. Okay, einmal Müll. Jawohl, schmeißen wir da weg. So, da haben wir 81. So, da ist etwas. Eine Zinkermünze wahrscheinlich. Ja. Ja, leider ziemlich fertig. Okay, nehmen wir mit, sehr schön. Einmal gut, das 81er Signal. Okay, ich glaube, das ist ein Müllnusser Blechstreifen. Okay. Schmeißen wir weg. So, ein 48er Signal, ich habe es da schon rausgeworfen. So, keine Ahnung, was das ist. Ich muss es sehen. Zehn was, keine Ahnung. Na ja, ich werde es da noch mal sauber machen. Ja, war nicht mehr mit. So, nächste 70er Oberfläche. Oh, so, da. Einmal Müll. Okay, das schmeißen wir dann weg. So, haben wir 71 Oberfläche. Ah, da ist etwas. Ah, da ist etwas. Ach, das dieses Blei. Vielleicht Müll, okay. Nehmen wir mit. Sei schon. two-un-achtzig, zwei-und-achtzig. Ach, da ist etwas. Ah, das ist ja gleich. Da ist ein Heiligenanhänger gleich. Ja, wohl. genau ein heiligen anhänger ok ich werde ihn dann noch mal sauber machen super nehmen wir mit dann bin ich mal hier hin umgegangen nicht mehr dort, dort piekt es recht hier geht es, hier ist viel besser 54, 55er signal wo ist das? da ist er dort ein kleiner Knopf sehr schön ein kleiner Knopf jawohl nehmen wir mit nochmal 64 also da ist etwas ah Müll, ok Schmerz da weg 78 rausgeschossen ok einmal Müll jawohl das erste 58er 60er ok ich glaube ich sehe es schon ich glaube ich sehe es schon ich glaube das ist von einem Türgriff oder so ladengriff ich glaube das ist von einem Türgriff oder so jawohl einmal mit 57, 58 50 ok einmal Müll jawohl nochmal wieder ein gutes 85, 86 und da ist das und da ist das und da ist das ok wahrscheinlich ein Müll oder so genau ich habe es einmal im Video ja ja wo ist denn das ja wo ist denn das 10 Groschen 10 Groschen sehr gut nehmen wir mit 84, 85 kann man da 10 Groschen ok ok da ist etwas da ist etwas rundes ok 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 naja ich werde sie dann sauber machen ok ok genau 90 ok 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 es ist da drinnen ist das da drinnen ah oh ja 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 leider die hälfte oh shit leider die hälfte verdammt eine halbe silberne jawohl Leute jawohl jawohl vielleicht finde ich noch die andere sehr 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 schön super nehmen wir mit natürlich jawohl schauen wir ob da vielleicht die andere herumliegt nein nix mehr ok 87,88 haben wir da da ist etwas ok ein Aluminiumdell jawohl jawohl mit ja gut das ist 82 haben wir da ja gut das ist 82 haben wir da sehr schön jetzt bin ich mal hier herumgegangen nicht mehr dort dort piekt es recht hier geht es hier ist viel besser 54,55es signal wo ist das mal wo ist das Ein kleiner Knopf, sehr schön, ein kleiner Knopf, jawohl nehmen wir mit. Wir haben ein sehr gutes 91er Oberfläche. Oh, da ist etwas, ein Knopf, ein schöner Knopf, ein schöner Knopf, ein schöner Knopf. Sehr schön, jawohl, kann mit 91 herein, super, ich mache ihn dann sauber, jawohl, nehmen wir mit. 65, 66. 66. Okay, wahrscheinlich ein Müll. Oder? Oh na. Oder? Naja, wahrscheinlich ein Müll. Okay, schon jetzt so weg. 46, 47 haben wir da. 46, 48, 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 48 Meisenring. Nehmen wir mit. So, gleich daneben unter dem Knopf haben wir 58er. Warte mal, da ist etwas. Wieder Müll, glaube ich. Jawohl, Müll. Schmeißen wir weg. Da haben wir zweimal Signale, da 68 und dort 66. Schauen wir mal, was das ist. Eine Kette. Okay, einmal eine Kette. Und da haben wir auch noch ein Signal gehabt. Da ist es dort. Ne, ich glaube ein Müll. Jawohl, okay. Schmeißen wir weg. So, 67. Na, so wieder Müll, glaube ich. Jawohl, Müll. Okay, weiter gehts. Gutes 53er. Da ist etwas. Achso, Steckl, wahrscheinlich von einer Schnalle oder so. Nehmen wir mit. So, gut, das 74er. 70er. Oh, eine Müntze. Jawohl. Jawohl, Herr Knall. Oh, ist das eine Müntze. Keine Ahnung. Okay, nehmen wir mal einen mit. Sehr schön. Da haben wir 83, 84er Signal. Da ist es? Ich habe die ganze Müntze und die Müntze und die Müntze. Das ist jetzt aber ein. So, ist es. Da ist es etwas. Ich mache 47er Signal. Ah, Münze glaube ich. Oh nein, keine Münze. Keine Münze, Leute, keine Münze. Ah, da ist der Krawalladler zu sehen. Keine Münze. Keine Ahnung, was das einmal war. Okay, nehmen wir mit. Weiter gehts. So, da ist ein komisches 69er Signal. Ah, da ist sowas. Knopfweh. Sehr schön. Wie ist das für Knopf? Bleiknopf oder so? Jawohl, nehmen wir mit. So, da waren wir 67er Mal. Schon raus. Oh, da ist jetzt ein Ring. Achso nein. Achso nein, kein Ring. Schade, da hängt noch ein Deckel von irgendwas. Okay, nehmen wir mal mit. Jawohl. So, ein gutes 69er. Oh, da ist das. Oh, da ist das. Oh, da ist das. Und das. Was ist das denn, Alter? Ah, ein Pferd, kann das sein, oder? Ein Pferd, oder? Genau, ich werde es dann einmal sauber machen. Aber ich glaube ein Pferd, oder so. Jawohl. Ne, ne, nehmen wir mal mit. So, 51er, 52er Signal. Guck mal da. Irgendwo. Ah, da ist etwas. Da ist etwas. Da ist etwas. Jawohl, das ist rund. Und. Ein Knopf. Sehr schön. Ein Knopf, nehmen wir mit. So gut, das 72er. Okay, da muss etwas sein. Okay, das ist es. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein Stück Blech. Ich nehm es einmal mit. Jawohl. So Leute, einmal ein Oberflächenfund. Einmal ein Oberflächenfund. Keine Ahnung, was das ist. Eine Münch, aber was. So ne, keine Ahnung. Jawohl, nehmen wir mit natürlich. 58, 59er haben wir da. Ah, da ist etwas drinnen. Und wieder ein Knopf. Jawohl. Jawohl, Herr Knopf. Ein gutes 85er haben wir da. Da ist etwas. Da ist etwas. Etwas aus Blei. Na ja, nehmen wir einmal mit. Okay. So, 88, 89. 80. Aha, da ist etwas. Okay, was ist das? Ja, wahrscheinlich eh nichts, oder? Wahrscheinlich Müll. Aber ich nehme es noch im Video. 82 haben wir da. Eine Musketenkugel. Sehr schön. Na gut. Ja, da ist etwas. Da ist etwas. Einmal ein schwaches. 76er. Ah, da ist etwas. Da ist etwas Kleines. Keine Ahnung, was das ist. Okay, nehmen wir einmal mit. Sehr schön. Jawohl. Von 79, 80. Ah, da ist etwas. Da ist etwas zu quetscht. Sieht aus nach einer Münze. Ja, aber leider zu quetscht. Okay, werden wir dann einmal zauber machen. Sehr schön, nehmen wir mit. So Leute, ein Oberflächenfund. Ein Messer. Okay, nehmen wir mit. Jetzt haben wir einmal 88 hier rausgeschossen. Ein kleines Gewicht. Jawohl. Jawohl, ein kleines Gewicht. Super, nehmen wir mit.